Die BMW S1000 Doppel-R mit dem M-Paket ist wohl eines der konkurrenzfähigsten Superbikes, das so aus der Schachtel kommt und für den Straßenbetrieb erlaubt ist. Ich habe das Motorrad jetzt schon mehrmals für euch gefahren und ich denke jetzt ist mal an der Zeit, um mal so ein kleines Review über dieses Motorrad, vor allem für den Rennstreckeneinsatz, für euch zu machen. Bleibt dran, absolut spannendes Bike. So, wenn man mal mit dem ersten Erscheinungsbild der BMW S1000 Doppel-R sprechen, dann ist es natürlich schon ein optisches Meisterwerk und mir gefällt sie tatsächlich besser als so manches anderes Motorrad, das ich so schon gefahren habe. Man merkt vom ersten Eindruck, von der ersten Haptik, vom ersten Anfassen, merkt man schon so typisches BMW-Modell eigentlich, aber nicht auf den Vorgänger der S1000 Doppel-R bezogen, sondern eigentlich irgendwie auf Bezug von einem Auto. Also das ist tatsächlich so, wenn du die S1000 Doppel-R neu und die war neu, die hatte irgendwie 100 Kilometer oben, wenn du die anfällst, wenn du dich draufsetzt, dann riecht die, als wenn es ein Neuwagen wäre. Also das ist irrsinnig und auch die Menüführung und auch die ganzen Bedienelemente, das gleicht schon fast mehr dem Automobil als wie dem Motorrad, also wirklich strange, sehr futuristisch und auch sehr komplex im ersten Moment, wenn man sich da ein bisschen so durch das Menü klicken muss und so die ein oder anderen Dinge sucht. Ich habe da gleich, natürlich habe ich da einen Rennstreckeneinsatz damit gemacht und habe den Luftdruck angepasst, dann hat er gleich mal gemeckert, weil der Luftdruck nicht passt. Ist bestimmt ein tolles Gadget für die Straße, wenn man hier Luftdruck verliert oder zu wenig Luft drin hat. Ich war erstmal irritiert und wusste im ersten Moment überhaupt nicht, wo ich diese Meldung wieder wegkriege und war kurzzeitig geschockt und habe mir gedacht, na hoffentlich kann ich jetzt mit dem Motorrad trotzdem fahren. Also, das macht einen sehr, sehr futuristischen Eindruck von allem, was du anfällst, von der ganzen Menüführung, von der digitalen Menüanzeige, das ist irrsinnig gut. Irrsinnig komplex aber auch. Ich denke, ich kenne keinen Motorrad, wo man sich so viel damit auseinandersetzen muss, dass man da mal durchsteigt. So das typische iDrive-System vom BMW spiegelt sich da irgendwie eins zu eins wieder, obwohl es eigentlich nicht das gleiche ist. Also, für mich als schon langjährigen Automobil-BMW-Fahrer, der da eigentlich immer daheim gewesen ist, hat da immer wieder so bei der S1000RR so ein kleines Déjà-vu. Nichtsdestotrotz, wenn man sich auf das Bike da aufsetzt, dann kommt sofort ein riesen positiver Aspekt zum Vorschein. Und das ist vor allem für einen relativ großen Menschen, also ich bin jetzt nicht so sonderlich groß, aber ich bin doch 1,80 Meter. Und dann merkt man, dass das Motorrad nicht aus Japan kommt und nicht aus Italien kommt, sondern man merkt, das Motorrad kommt aus Deutschland. Und das merkst du einfach insofern, weil auch ein großer Mensch da sofort Platz findet. Und den direkten Vergleich, den hat man so nicht immer, aber wenn man den Vergleich mal bezieht und ich habe den Vergleich oft, wenn ich vom einen zum anderen Motorrad gehe und du länger auf der BMW gefahren bist und dann auf den Japaner umsteigst, dann merkst du eigentlich, wie klein die Japaner sind und wie groß die BMW war. Was bei der BMW durchaus große Vorteile hat, aber auch kleine Nachteile, wo ich gleich drauf komme. Die Ergonomie bei der BMW ist eigentlich eines der gelungensten Dinge meiner Meinung nach, was das Fahrerische anbelangt. Und die Thematik Fußrastenposition, Knieschluss, das funktioniert brillant. Also ich möchte behaupten, dass es keinen Motorradhersteller gibt, der das so von Anfang an auf den Punkt gebracht hat. Und ich muss tatsächlich behaupten, ich, wenn das Motorrad kaufen würde, ich bräuchte da keine andere Fußrastenanlage, die passt mir für meinen Fahrstil. Und ich mag die lieber einen Tacken weiter vorne, als wenn sie zu weit hinten wären. Mir ist das eh lieber. Also für mich ist es wirklich perfekt von der Ergonomie von Fußrasten und Tank, Knieschluss etc. Auch die Länge des Motorrads macht es mir aus relativ großen, naja, groß hin und her, Fahrer sehr angenehm. Auch auf Gradausstrecken bei hoher Geschwindigkeit finde ich wirklich schönen Platz unter der Kanzel. Und kann mich da wirklich auch frei bewegen auf dem Motorrad. Das heißt, ich stehe nicht hinten an, ich stehe nicht vorne an, ich kann mich da überall ein bisschen darauf bewegen. Wie ich das gern haben möchte, das ist eigentlich schon selten. Das habe ich eigentlich nur auf der Cover auch, aber auf der Cover nicht im Serienzustand, sondern hier mit Rennverkleidung. Da ist die Kanzel ein bisschen höher. Da habe ich das auch, dass ich da wirklich drunter verschwinden kann. Bei meiner Yamaha habe ich das Problem immer, dass ich da teilweise mit dem Kopf, mit dem Helm an der Kanzel anstoße und hinten mit dem Arsch schon am Heck anstehe. Die Yamaha ist halt doch um einiges kleiner als die BMW oder als die Cava. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Kommen wir mal zum Motor. Motor ist irgendwie, man kommt sich ein bisschen vor wie auf einem Gummiband. Es ist jetzt anders wie bei der Cava und es ist auch anders wie bei der Ducati. Es ist ein bisschen so fast schon gespenstisch, weil dieser Vortrieb teils, der kommt auf einen Schlag. Wenn du da das Glas aufmachst, dann ist das Wumm, das ist da und es ist eigentlich völlig egal, in welcher Drehzahl. Also ab der mittleren Drehzahlbahn schiebt der Motor an. Und es ist nicht so, als wenn es dann nochmal so einen Overboost geben würde, sondern es ist immer gleich. Man hat das Gefühl, man könnte eigentlich auch einen Gang höher fahren. Habe ich dann auch viel gemacht, weil dann das Drehmoment teilweise dosierbarer wird und du konsequenter auf dem Gas bleiben kannst. Das kannst du zum Beispiel mit der Cava nicht machen, weil die untenrum zu wenig Leistung hat. Da verscheißt du dann bestimmt ein, zwei Sekunden, wenn du das bei jeder Geraden machst. Aber bei der BMW kannst du das machen, weil die Leistung im mittleren Trittsalband irrsinnig gut ist. Aber es kommt dann auch nicht mehr mehr. Wir sprechen aber hier vom Serienzustand. Es könnte sein, dass man hier mit Calibration-Kit etc. dementsprechend auch das Ganze ein bisschen die Charakteristik ändern könnte. Was aber nicht unbedingt sein muss, weil es schon angenehm ist, wenn es im mittleren Trittsalband so anschiebt. Die Leistung ist gut. Es ist halt Standard mittlerweile schon die Leistung. Das Einzige, was jetzt wirklich tendenziell auf der Geraden wirklich mehr Meter gemacht hat, wir haben den direkten Vergleich gehabt, ist die Honda CBR 1000 RR-R. Also die neue Fireblade, die hat auf der Geraden wirklich anhand ihrer Mehrleistung auch dementsprechend mehr Meter gemacht. Und das hast du wirklich einen Unterschied kennst, wie die weggefahren ist auf der Geraden. Aber die fährt im Moment fast jedem Motorradweg, außer vielleicht der V4R oder der Superleggera oder sowas. Also da möchte ich jetzt die BMW in einem ganz normalen Rahmen der Leistung einbauen. Wir reden vom Serienzustand. Und das ist vollkommen ausreichend. Also deswegen fährst du nicht langsamer, nur weil du jetzt eine BMW hast und keine Honda Fireblade. Im Gegenteil, das hat auch seine Vor- und seine Nachteile. Großer Pluspunkt bei der BMW ist die extrem fein dosierbare Elektronik, die sehr, sehr, ich möchte mal sagen, schon immer einen Schritt auch voraus ist und dir sehr, sehr viel Selbstbewusstsein auch am Gas gibt. Und sie dir aber schon auch das Gefühl gibt, dass jetzt die Leistung weg ist. Und das erinnert mich wieder so ein bisschen ans Auto, weil da ist es genauso. Also man gibt dann Gas und es passiert aber einfach nichts mehr. Das merkt man bei der BMW extrem stark. Das merkst du bei der Yamaha nicht so. Die Carver, die macht mehr so ein Zündkatz drin, aber die BMW, die nimmt, macht das richtig. Sie sagt, okay, ich gebe dir jetzt keine Leistung mehr und das merkst du ganz extrem. Und du merkst auch dann, wenn es wieder kommt, weil ich halt dann konsequent drauf bleibe und denke mir, nö, ich will jetzt aber Leistung, ich bleibe jetzt drauf und ich mache dann nochmal mehr auf. So provokant teste ich die Elektronik aus und dann merkst du auch, wie sie dann irgendwann wieder anfängt zu schieben. Aber im ersten Moment merkst du schon, wie die dich leicht dementsprechend eindrosseln will. So, jetzt kommen wir gleich mal zu was Negativen, weil jetzt haben wir so viele positive Dinge gesagt. Es ist tatsächlich so, dass ich von einer Sache ziemlich enttäuscht bin und das ist in dem Fall, ich hatte zweimal jetzt schon die mit M-Paket und mit dem elektronischen Fahrwerk und ihr hört schon, auf was es rauskommt, ich bin mit dem Fahrwerk, war ich überhaupt nicht happy. Es tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss, aber ich muss natürlich da an der absoluten Wahrheit und das, was ich als subjektives empfinden und ich fahre ganz viele verschiedene Motorräder, ich fahre viele hochpreisige Motorräder, ich fahre viele Rennmotorräder, ich fahre viele Serienmotorräder mit Seriengabeln oder auch mit elektronisch verstellbarem Fahrwerk, die da meistens Öl ins Gabeln drin haben. Das, was hier in der BMW drin ist, was ich aus internen Kreisen weiß, ist da viel Sachstechnik drin, bin ich nicht so wirklich zufrieden. Ich finde das Ansprechverhalten, ich habe das in Oschersleben gemerkt, da bin ich im Vergleich die V4S gefahren mit dem elektronischen Öl ins Fahrwerk und bin dann umgestiegen auf die BMW und da habe ich Bodenwellen gemerkt, auf der Rennstrecke, die hatte ich mit der Ducati nicht gemerkt. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht und dachte mir, okay, jetzt lass das Fahrwerk einmal ein bisschen warm werden, vielleicht wird das dann besser, Öl braucht ja an Zeit, aber das wurde nicht besser. Und das, was ich da ein bisschen moniere, ist dieses Losbrechmoment von der Gabel und von dem Federbein, dass das meiner Meinung nach erst ziemlich viel braucht. Oder sagen wir es so, es ist im Highspeed-Bereich, also bei den schnellen Einfederungen einfach zu hart und dann aber bei langsameren Einfederungen im Lowspeed-Bereich ein bisschen zu soft. Also diese Kombination, die würde ich gerne umdrehen und das ist eigentlich etwas, was ich gar nicht so mag, wenn ich in einer Maximalschräglage bin oder am Scheitelpunkt bin, dann brauche ich Ruhe im Motorrad. Dann will ich nicht, dass das Motorrad Bewegungen macht, weil jede Bewegung, die das Motorrad macht, gibt mir automatisch auch einen Schräglagenwechsel und wenn er nur 0,1 Grad ist, dann ist es eine Änderung der Schräglage und somit auch eine Änderung des Radius. Und somit fährt das Motorrad nicht hundertprozentig genau dahin, wo ich hin will und ich muss das immer ein bisschen korrigieren und das finde ich nicht so angenehm. Und speziell bei Kurven mit Bodenwellen, wenn jetzt Kurven da sind, wo keine Bodenwellen sind, dann ist es nicht so schlimm. Aber ich habe dann auch ein bisschen probiert, das elektronische Fahrwerk wirklich umzustellen, bewusst softer zu machen, dann wird es im Lowspeed-Bereich, also im langsamen Einfederungsbereich noch softer, das will ich aber nicht, ich will es im Highspeed-Bereich softer haben und da spricht es nicht so gut an. Und man könnte auch sagen, vielleicht ist das Losbrechmoment der Gabel einfach nicht so sonderlich gut. Also da würde ich, wenn ich das Motorrad kaufen würde, auf jeden Fall investieren und dieses elektronische Fahrwerk rausschmeißen und da ein Öl ins Fahrwerk einbauen. Sorry BMW, aber ich weiß nicht, ich fahre so viele verschiedene Motorräder, aber ich habe selten ein Fahrwerk gehabt, das so mühsam anspricht und das mir so wenig Feedback und so wenig Vertrauen gibt. Es kommt natürlich ein bisschen drauf auf die Kurve drauf an, wenn es jetzt Kurven gibt, die relativ kurz sind vom Radius, so wie im Rebouldering, wo man stark auf der Bremse reinhalten kann, umdrehen kann und wieder raus kann, also so ganz kurz nur in Schräglage ist, dann geht das. Aber desto länger die Radien sind, umso länger das Motorrad in einem Neutralzustand ist, umso länger das Motorrad in einer Stützgasphase ist, weil der Kurvenradius so lange ist und ich muss eine Stützgasphase haben bei maximal Schräglage, desto schlimmer und umso unangenehmer wird es, wenn das Motorrad anfängt zu lenken und ich den Radius korrigieren muss, weil ich nicht dahin fahre, wo ich eigentlich hinfahren möchte. Das ist ein großer Minuspunkt für mich. Allerdings muss man sagen, hat tatsächlich die Bremse sehr gut mitgespielt, ist jetzt kein typischer Brembo-Sattel drauf wie bei den anderen Herstellern. Ich weiß gar nicht, was das für ein komischer Sattel ist, ich habe den Namen gar nicht mehr im Kopf, ich blende es auf jeden Fall eben im Video ein. Aber die Bremse hat wirklich tadellos funktioniert in Oschersleben sowohl als auch am Rebullring, wo fast viele Bremsen aussteigen. Zum Beispiel die Yamaha-Bremse ist da gewaltig ausgestiegen, nach drei Runden wäre ich da fast einmal gerade ausgegangen, wäre es mir fast so gegangen wie dem Saigerhorst. Zwar an einer anderen Stelle, aber da habe ich ja auch kurzzeitig wirklich große Augen gekriegt und konnte gerade auch mit der Hinterradbremse das Ganze nicht in einem Sturz ausatmen lassen. Und dann muss man sagen, die BMW hat da wirklich, also auch nach 10, 15, 16, 20 Runden, hat da wirklich mal einen Long Run gemacht, um eben zu schauen, was macht die BMW bei längerer, harter Belastung. Und da hat die Bremse wirklich sehr, 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 sehr gut mitgespielt. So alles in allem ist die BMW halt schon, wenn man jetzt bedenkt, ich will ein Motorrad kaufen, das ich aus der Schachtel kaufe und ich möchte damit Straße fahren und auch Rennstrecke fahren, dann ist es ein geniales Bike. Wenn man das mal so betrachtet, aus wirklich der Perspektive, Straße und Rennstrecke. Ich denke, dass es, dass selbst die Yamaha, vor allem was die Bremse anbelangt, auf der Rennstrecke Probleme hat, dafür das bessere Fahrwerk hat. Obwohl wir die Yamaha eigentlich nicht aus R1M gefahren sind und auch ich schon eigentlich nicht gefahren bin, sondern nur die Standard, aber die R1 ein viel besseres Fahrwerk hat. Aber da die Bremse ein bisschen dementsprechend vernachlässigt, denke ich aber, dass die BMW so das aus der Schachtel das bessere Bike für beides ist. Für Rennstrecke und Straße mit dem Straßenreifen. Nichtsdestotrotz sollte man sich, wenn man da ein bisschen ambitionierter an die Rennstrecke rangeht, auf jeden Fall das Fahrwerk von jemandem machen lassen, der sich da auskennt. Da gibt es Möglichkeiten und auch die Fahrwerksprofis kennen die Problematik, ein bisschen so mit diesem originalen Fahrwerk. Wenn man sich jetzt die BMW neu bestellt, dann würde ich mir zum Beispiel das elektronische Fahrwerk nicht mehr bestellen, würde den Aufpreis quasi nicht dafür zahlen, weil ich es sowieso mehr oder weniger entfernen lassen würde und gegen eine Ölinsgabel und ein Ölinsfederbein ersetzen würde. Da gibt es natürlich dementsprechende Firmen, die darauf vorbereitet sind. Das Motorrad funktioniert ja jetzt gut, ist auch schon häufig in Betrieb auf der Rennstrecke, auch für den richtigen Rennstreckeneinsatz. Man sieht es ja auch in der Superbike-WM, dass sie mittlerweile auch konkurrenzfähig sind. Wenn wir uns den Tom Sykes anschauen, haben sie zwar jetzt in Heresleiter einen technischen Defekt oder irgend sowas gehabt, aber vom Speed her sind sie eigentlich mittlerweile gut dabei und das auf kürzeste Zeit, das zeigt eigentlich schon, dass das Motorrad und auch das Chassis sehr gutes Potenzial hat, um richtig, richtig schnell zu werden. Ich war positiv überrascht, negativ überrascht vom Fahrwerk. Summa summarum gebe ich hier auf jeden Fall eine Note 2, ein geiles Superbike, das mir aus großem relativ viel Spaß macht, auch auf zwei verschiedenen Rennstrecken und wenn das Ganze noch mit einem anderen Fahrwerk standardmäßig ausgeliefert werden würde, dann wäre es für mich schon so ein richtiger, vor allem so aus Bayern. Also ich hoffe, das war ein bisschen interessant, gebt es mir gerne einen Daumen hoch für das Video, abonniert auch gerne den Kanal. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, ich freue mich, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin und ciao!